Wann findet keine Einkommensanrechnung auf die Witwenrente statt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. In folgenden Fällen findet keine Einkommensanrechnung auf die Witwenrente oder Witwerrente statt. Und zwar erstens, in den ersten drei Monaten bei Bezug der Witwer- oder Witwenrente, dem sogenannten Sterbevierteljahr, gibt es grundsätzlich keine Einkommensanrechnung. Zweitens, wenn das bereinigte Einkommen, was Sie verdienen, nicht höher ist als der jeweils geltende Freibetrag, Anrechnungsfreibetrag, monatlich im Osten und im Westen unterschiedlich. Und wenn bestimmte Einkünfte erzielt werden, die laut Gesetz generell nicht anrechenbar sind, zum Beispiel das Arbeitsentgelt der Pflegeperson, welches er von der pflegenden Person erhält, wenn es einen bestimmten Umfang nicht überschreitet oder aber das Arbeitsentgelt von behinderten Menschen aus, von behinderten Werkstätten. Oder es gibt bestimmte Einkommensarten, die generell nicht angerechnet werden, die wegen Anwendung des sogenannten Altrechts überhaupt nicht anrechenbar sind. Damit findet in den von mir genannten Fällen generell keine Einkommensanrechnung auf die Witwer- und Witwenrente statt. Näheres zum Thema Einkommensanrechnung auf die hinterbliebene Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.